Das Evangelium am zweiten Sonntag nach Epiphanias aus Johannes 2 Es war eine Hochzeit zu Cana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es am Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stund ist noch nicht kommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber all da sechs steinerne Wasserkrüge gesetzt nach der Weise der jüdischen Reinigung und ging je in einen, zwei oder drei Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie fülleten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringet's dem Speisemeister. Und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, von wann er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, rufet der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zum ersten guten Wein, und wenn sie trunken worden sind, als dann den geringern, du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. In Jesu Namen, Amen. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland, sagt der Prophet Jesaja von seinem lieben Vater, dem Herrn Jesu Christo, in seiner Weissagung im 45. Kapitel. Verborgen ist er wegen seines göttlichen Wesens, welches an und für sich unsichtbar ist. Denn Gott ist ein Geist und wohnet in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. 1. Timotheus 6 Mein Angesicht kannst du nicht sehen, sagt der Herr zu seinem treuen Knecht Mose, denn kein Mensch wird leben, der mich seelt. Nämlich in diesem Leben, wegen unserer Sünde und wegen der Blödigkeit, die in jenem Leben wird abgeschafft werden. 2. Mose 33 Jedoch hat sich Gott geoffenbart im Fleisch. 1. Timotheus 3 Verborgen ist er wegen seiner großen Weisheit, welche an und für sich niemand ausgründen kann. Darum sagt der Apostel Paulus, der doch bis in den dritten Himmel ist entzückt gewesen, und unaussprechliche Wort gehöret, welche kein Mensch sagen kann. 2. O, welch eine Tiefe, eine Tiefe, ein Abgrund, des Reichtums, beide der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Römer 11 Jedoch hat der Sohn Gottes, Jesus Christus, der in des Vaters Schoß ist, und solche Weisheit zum Teil geoffenbart, wie Johannes bezeugt in seinem Evangelium im ersten Kapitel. Und der Apostel Paulus sagte in seiner Valet- oder Abschiedspredigt zu seinen lieben Zuhörern zu Meleto, Ich habe euch nichts verhalten, das ich nicht verkündigt hätte, allen Rat Gottes. Apostelgeschichte 20 Und vor dem König Agrippa zu Cäsarea sagt er, Ich sage nichts außer dem, dass die Propheten gesagt haben, dass es geschehen sollte, und Moses. Apostelgeschichte 26 Deswegen muss aller Rat Gottes so viel, nämlich unsere Seligkeit betrifft, in Mose und in den Propheten stehen, welches wider vielerlei Irrtümer wohl zu merken und zu behalten ist. Verborgen ist er wegen seiner wunderseltsamen Regierung und Art zu handeln in seinen Werken, in welchen es also daher geht, dass wir Menschen dieselbige an und für sich nicht fassen noch begreifen können. Und wenn wir meinen, es stehe am allerelendesten, siehe, so ist eine mächtige Hilfe da. Darum sagt David, Wie groß ist deine Güte, die du verborgen hast denen, die dich fürchten, und erzeig es denen, die vor den Leuten auf dich trauen. Psalm 31 Als es den Kindern Israel in der Wüste an Unterhalt mangeln wollte, musste der Himmel Brot, die Luft, Fleisch und der harte Fels Wasser geben. 2. Mose 16 und 17 Waren dieses nicht wunderliche Kostherzen oder Speisemeister? Die Raben, welche sonst heiß-hungerische Raubvögel sind und ihre eigenen Jungen nicht versorgen, sondern unbarmherzigerweise liegen lassen, müssen einem frommen Menschen die Kost umsonst geben. Ehe ein frommes Paar neu angehender Eheleute auf ihrem hochzeitlichen Ehrenfest wegen Mangels mit Schanden bestehen sollten, musste das Wasser, das man sonst zur Abwaschung und Reinigung brauchte, zum köstlichen Wein werden, wie uns unser Evangelium anzeiget. Solches teilen wir ein in drei Teile. Der erste Teil hält in sich die gottselige Anstalt der Hochzeit. Der andere Teil hält in sich den mangelhaften Fortgang der Hochzeit. Der dritte Teil hält in sich den wunderbaren Ausgang der Hochzeit. Jetzt so verbleiben wir allein bei dem ersten Teil. Jesu Christe, du Bräutigam unserer Seelen, kehre bei uns ein mit deinem Segen und lass dein Wort meiner lieben Zuhörer Geist und Seele bewegen. Amen, Herr Jesu, Amen, Amen. Es hat zwar, auserwählte in dem Herrn Jesu, diese unsere evangelische Historie der Evangelist Johannes allein beschrieben, er hat sie aber aufs Allerfleißigste beschrieben. Mit allen Umständen, wie sie ergangen und auch dabei die Ordnung des Wunderwerks aufgezeichnet und vermeldet, dass es das erste Wunderwerk des Herrn Jesu gewesen sei. Was der Herr Jesus in seiner Jugend getan, ist mehr nicht aufgezeichnet insoviel, dass, nachdem er das zwölfte Jahr seines Alters vollbracht, er mit seinen Eltern von Nazareth gen Jerusalem auf das Osterfest gegangen und gegen die Lehrer in ihren Schulen sich also erwiesen, dass sie sich darüber verwundert, hierauf mit seinen Eltern wieder hinab gen Nazareth gegangen und ihnen untertan gewesen und zugenommen an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Lukas 2 Er hielte sich still wie ein anderer Mensch, dass niemand hätte denken können, dass er der Messias wäre, sonderlich weil er mit seinem Pflegvater Josef das Handwerk trieb und ihm half Zimmern und Bauen, deswegen er auch nur der Zimmermann genennet wurde. Welches allen ehrlichen Handwerksleuten eine große Freude machen und einen herrlichen Trost geben soll, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, aller Heidentrost, auch ein Handwerksmann gewesen und neben seinem Vater anderen um den Lohn gedienet hat. Du lieber Handwerksmann, wird dir es bisweilen in deiner Werkstatt schwer und läuft dir der Schweiß das Angesicht herein, so werde deswegen nicht unwillig oder ungeduldig, sondern denke, nun ist es doch meinem Herrn Jesu Christu ebenso wohl auch blutsauer über seine Arbeit worden. Warum sollte ich es denn besser zu haben begehren, denn er es gehabt hat? Er hat meine Mühe mit seiner eigenen Handarbeit gesegnet, darum will ich gern damit umgehen und fleißig darüber bleiben. Du aber, Herr Jesu Christe, stehe allen ehrlichen Handwerksleuten bei und versüße ihnen durch deinen heilsamen Handwerkstrost in dieser bitterschweren Zeit ihren mühsamen Zustand. Gib ihnen und den ihrigen ihr Stücklein täglich Brot und dabei ein reines gutes Gewissen und einen rechten beständigen Glauben bis an ihr Ende, damit sie einmal nach ihrer ausgestandenen Berufsarbeit zu der ewigen Ruhe gelangen mögen. Gleich wie aber arbeitsame, ehrliche Handwerksleute von der mühsamen Arbeit des Herrn Jesu Christi einen herrlichen Trost hernehmen können, also sollen hingegen stinkfaule Hümbler, versoffene Bierlümmel und müßige Tagdiebe darüber erschrecken und sich warnen lassen, wenn sie hören, dass der Herr Jesus von keinem Müßiggang habe wissen wollen. Wie werden sie es doch einmal vor Gott verantworten können, dass sie so manche Stunde, so manchen Tag, so manche Wochen, so manches Jahr ohne einige Verrichtung haben hingehen lassen und ihr Leben wie einen Jahrmarkt hingebracht? Wie in dem Büchlein der Weisheit im fünfzehnten Kapitel steht, da die wenigsten kaufen und verkaufen, die meisten aber stehen, das Maul aufsperren, anderen zu sehen und die Leute spöttisch ausrichten. Wie werden sie mit jenen Verfluchten so erbärmlich schreien, wir haben des rechten Weges gefehlet, wir haben eitel Unrechte und schändliche Wege gegangen und haben gewandelt wüste Unwege. Nachdem wir geboren sind gewesen, haben wir ein Ende genommen und haben kein Zeichen der Tugend beweiset, aber in unserer Bosheit sind wir verzehret. Aber wir müssen zu unserem Evangelium kommen. Wie nun der Herr Jesus dreißig Jahre alt worden, hat er sich von Johannes dem Täufer im Jordan in Gegenwart viel Volks taufen lassen, wobei sich der Himmel über ihm, dem Herrn Jesu, aufgetan, den Geist Gottes gleich als eine Taube herabgefahren und eine Stimme vom Himmel herabgehört worden. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3 Darauf ist er bald vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden, darinnen er kein Zeichen tun wollen, wiewohl es der Satan begehrete. Als er aber nach 40-tägiger Versuchung wieder aus der Wüsten in Galiläan kam, begab sich diese Geschichte. Darin sehen die Wort, am dritten Tag, nämlich nach vollendeter Versuchung, ward eine Hochzeit. Bei diesem Umstand der Zeit, dass der Herr Jesus nach geendeter Versuchung, da er in der Wüste bei wilden Tieren mit dem Teufel hat kämpfen müssen, auf eine Hochzeit geladen worden, haben wir diesen Trost zu merken. Dass Gott die Seinigen nicht alle Zeit in Traurigkeit stecken, sondern auch ihnen bisweilen eine christliche Fröhlichkeit widerfahren lasse. Denn er ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnt ertragen. 1. Korinther 10 Und Sarah, des alten Tobias Weib, sagte recht, das weiß ich für wahr, wer Gott dienet, der wird nach der Anfechtung getröstet und aus der Trübsal erlöset, und nach der Züchtigung findet er Gnade. Denn du hast nicht Lust an unserem Verderben, denn nach dem Ungewitter lässtest du die Sonne wieder scheinen, und nach dem Weinen und Heulen überschüttest du uns mit Freuden. In dem Büchlein Tobie im dritten Kapitel O meine liebsten Zuhörer, haltet fest, wenn ihr von dem Satan, von den Weltkindern und von eurem eigenen Fleisch und Blut versuchet werdet. Wehret euch mit dem Gebet und mit Gottes Wort, so werdet ihr durch die göttliche Kraft sieghaft werden, das Feld behalten und zu der himmlischen Hochzeit unseres hochgelobten Seelenbräutigams Jesu Christi eingeladen und eingelassen werden. Der Umstand des Orts benahmet uns Kana. Es sind aber zwei Städte gewesen, die Kana geheißen. Eine, das kleinere Kana, 17 Meil Weges von Jerusalem im Stamm Sebulon in Galiläa gelegen, aus welchem des Herrn Christi Jünger Simon mit dem Zunahmen Kananeus und Nathanael gebürtig gewesen. Die andere, das größere Kana, 28 Meil Weges von Jerusalem im Stamm Aser gelegen, aus welchem das arme, heidnische, aber vernünftige Weiblein gebürtig gewesen, welches wegen ihrer vom Teufel übel geplagten Tochter dem Herrn Jesu nachgeschrien, nicht nachgelassen, bis sie Hilf erlanget und neben der Hilfe auch endlich dieses Lob erhalten, dass der Herr gesagt, O Weib, dein Glaub ist groß, dir geschehe, wie du willst, Matthäus 15 Es ist aber diese Hochzeit in dem kleinen Kana gewesen, denn es heißt, es ward eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Das Wort Kana heißt in der Grundsprache so viel als bei uns Deutschen ein Rohr, wie es in dem Wasser oder Sumpf wächst, die, weil das kleinere Kana an einem sumpflichen Ort, da viel Rohr und Schilf gewachsen, gestanden. Und ist also ein Bild der christlichen Kirchen all hier auf Erden gewesen, welche, ob sie gleich auf den Fels des Heils Jesum Christum gegründet ist, jedoch allenthalben mit Sumpf, Unflat und Ungelegenheit umgeben und allerlei Beschwerung unterworfen ist, also, dass die wahren Gliedmaßen der Kirchen von allerlei Sturmwinden der Widerwärtigkeit und Verfolgung wie ein Rohr hin und wieder getrieben werden. Allein, gleich wie ein Rohr, in dem, dass es sich beuget, von den Winden nicht zerbrochen oder rausgerissen wird, sondern an seiner Wurzel fest stehen bleibt, also bleiben auch die wahren Gliedmaßen der Kirchen fest gegründet auf den Herrn Jesum Christum, beugen sich aber durch herzliche Demut vor Gott in allen Anfechtungen und können auch von den Pforten der Hölle nicht überwunden werden, wie der Herr Christus, Matthäus 16, versprochen. Denn was die Standhaftigkeit ihres Glaubens anlanget, sind sie in Ansehung derselben ganz nicht beweglich wie ein Rohr, sondern fest und unbeweglich von der Hoffnung des Evangelii. Kolosser 1 Der Umstand der Personen lässt uns zwar den Namen der Braut und des Bräutigams außen, vermutlich aber sind's redliche und gottesfürchtige Leute, die nicht vorher hurischer und hündischer Weise zusammengekrochen wie ungeratene bestialische Schmachkinder tun und Marien der Mutter Jesu anverwandten gewesen, die weil sie auf der Hochzeit die Aufsicht mitgehabt. Die Gäste werden gemeldet, Jesus und seine Jünger, so viel er nämlich derselben dazu mal gehabt, Andreas, Petrus, Philippus und dann auch Nathanael. Es ist ein ansehnlich Mal gewesen, da der Engel Raphael auf des jungen Tobie Hochzeit gewesen, wie in dem Büchlein Tobit im 9. Kapitel steht. Aber das ist noch viel ein ansehnlicher Mal gewesen, darauf der Weltheiland, Jesus Christus gewesen. Hieraus nehmen wir nun eine Lehre von der hohen Würdigkeit des Ehestandes, welcher nicht allein der allerälteste Orden und Stand ist, so lang Menschen geschaffen gewesen, sondern auch von Gott noch in dem Stand der Unschuld im Paradies eingesetzet und mit Reihen geboten, nämlich mit dem vierten, mit dem sechsten und mit dem zehnten, in seinen Gesetztafeln beschützet. Gott hat diesen Stand im Alten Testament, da es doch sonst sehr streng herging, also befreiet, dass junge Eheleute das erste Jahr von allen Auflagen ledig sein sollten, damit sie miteinander könnten fröhlich sein, wie ausdrücklich steht, 5. Mose 24. Der Sohn Gottes sitzet all hier unter den Hochzeitsgästen. Die kleine Kinderlein herzet er, lege die Hände auf sie und segnet sie und heißet sie zu sich bringen, Markus 10. Der Heilige Geist erfüllt mit seinen Gnadengaben ein noch in Mutterleib verschlossenes Kindlein, nämlich Johannem, der hernach der Täufer genannt wurde, Lukas 1. Die ganze hochheilige Dreieinigkeit ordnet den Engel Raphael ab, dass er dem Eheteufel, dem Asmodi, Steueren und gottselige Eheleute behüten muss, wie in dem Büchlein Tobias im dritten und achten Kapitel zu lesen. Regt sich nun noch bisweilen solcher Asmodi und erregt eine Hausklag, wie solches auch wohl bisweilen bei sonst frommen Eheleuten geschieht, wie an dem großgläubigen Erzvater Abraham zu sehen, den sein Weib Sarah bezichtigte, er hätte ihre Magd Hagar lieber denn sie, 1. Mose 16. So muss man bei Zeiten in Geduld mit Gebet zu Gott abwehren und ihn anflehen, dass er doch den Stand, den er selber so hoch geehrt, durch des Satans Stück und Tück nicht wolle verunehren lassen. Nun wir schließen. Setzt zusammen mit dem Beten, wenn ihr wollet untertreten, des Ehefeindes Argelist, hör und hilf uns, Jesu Christ. Amen, Herr Jesu. Amen, Amen.